Hallo Leute, heute hört ihr zum ersten Mal meine Stimme, ich bin's, euer Pokestop Gameplays und ähm, ja, ich wollte mal dieses Spiel halt versuchen durchzuspielen, das heißt, ähm, Birdland Paradise und ähm, jo. Äh, jetzt wird's wird, wollen die von mir? Nein, ich will meine einsammeln. Was krieg ich von Eid und Eid und Eid und Eid und Eid und Eid, hab ich ein Gift gekraut. 100 minzen, naja. 200 minzen, okay, jetzt für den... Ah, ich will auch keine Geschenke mehr. So, ja, wie ihr schon gesehen habt, sind hier meine Wellen, die hier. Züchtig eigentlich nur so. Ähm, ja, die Serie soll heißen, Let's Game It Out, Battle in Paradise. Und, ja, da versucht man halt einfach, dieses Spiel durchzuspielen. Ich habe jetzt gestern Abend angefangen und ich habe halt eigentlich nur diese Quest hier gemacht und dann dadurch federn und nünzen gekriegt. Wie lang dauert es? 90, du. Ja, egal. Ja, und dann habe ich hier noch diesen Käfig. So. Hier züchte ich die Kanarienvögel, aber die kosten keine Münzen, wie ihr vielleicht sehen könnt. Die kosten hier, wo kann man das denn gucken? Ähm, ähm, hier nennen die, hier die kosten, 26 Federn. Genau, und, aber man kann sie für Münzen züchten, also, ja. Schnell füttern. Ja, und die Videhopfer habe ich hier noch drin, also in allen möglichen Farben. Ähm, hier, was haben wir hier? Ja, und das waren eigentlich schon alle meine Käfig. Ich bin Level 10 und, ähm, mein Username, falls ihr, ähm, mich als Freund hinzufügen wollt, wenn ihr das Spiel spielt. Und ich heiße Börder, LOL. Ja. Das war's dann auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.